Brombeerschüsse der Krieg für 6 Personen 750 Gramm Brombeeren 3 El Honig 1 Ei 60 Gramm Weizenmehl 40 Gramm Maismehl 1 Strich 2 TL Backpulver 1 Prise Salz 2 El Honig 1 Die Brombeeren waschen, abtropfen lassen und mit dem Honig in eine Aufrufform geben 2 Das Ei in eine Rührschüssel geben und das Weizenmehl, das Maismehl und das Backpulver darüber sieben Salz und Honig zugeben und das Ganze zu EIN im festen Teig verarbeiten 3 aus dem Teig 6 Bällchen vormähen und auf dem Brombeeren verteilen Die Aufrufform in den kalten Backofen stellen, die sehen auf 200 Grad Celsius aufheizen und den Aufruf etwa 25 Minuten backen Beliebte Bären im Südosten Nordamerikas, der Heimat der Krieg, ernteten die Indianer wilde Brombeeren körperweise Wenn die Bären reif waren, zogen ganze Familien zum Eiken Die Bären kamen in viereckige Körbe, die jeweils zu dreien ineinander passten Der kleinste Korb wurde an den Gürtel gehängt und in die beiden größeren, entleert Auf dem Heimweg dann hingen die großen Körbe rechts und links am Körper und der kleinste vor der Brust Die Bären wurden zu Kuchen, Aufläufen, Gelee, Saft und Wein verarbeitet oder, wie andere Früchte auch, aufgestellen In der Sonne getrocknet und für den Winter eingelagert Apfelkuchen der Paffnee ergibt 6 Stück 100 Gramm weiche Butter 100 Gramm Zucker 3 Eier 100 Gramm Weizenmehl 100 Gramm Maismehl 2 TL Backpulver 2 TL Zimt 4 Säuerliche Apfel Z Beboskop oder Granny Smith Saft von einer Zitrone Etwas Butter für die Form 30 Gramm Pinien Gerne ein in einer Rührschüssel die Butter und den Zucker schaumig rühren Nach und nach die Eier dazu rühren 2 Das Weizenmehl, das Maismehl, das Backpulver und den Zimt mischen In eine Schüssel sieben und Esslöffelweise zu der Butter-Zuckermasse geben 3 Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen Die Äpfel schälen, 4 tellen, entkernen und in dünne Schnitze schneiden Die Apfelschnitze sofort mit dem Zitronensaft begießen, gut warmischen und unter den Tag heben 4 Etwas Butter in Eier auf Hufform schmelzen und diese damit ausfetten Den Tag in die Form füllen, mit den Pinienkernen bestreuen und im Ofen etwa eine Stunde backen Paphne Die Paphne hatten kallgeschorene Schädel mit nur einer Skalplocke, die sie Pariki nannten und von der sich ihr Name ableitet Sie lebten von der Belljagd und dem Anbau von Mais, Bohnen und Kürbis Als ausgezeichnete Astronomen konnten sie den günstigsten Zeitpunkt Pferdisat berechnen Auch nach der Einführung der Pferde im 16. Jahrhundert blieben die Paphne anders als andere Stämme der Prärien Bei dieser Lebensweise, heute leben noch knapp 600 Nachfahren des einst stolzen Volkes mit 10,000 Angehörigen in einem Reservat zwischen Kansas und Oklahoma Festtagskekse für 12 Stück 100 Gramm Pinienkerne 50 Gramm Weizenmehl 50 Gramm feines Maismehl 1 TL Backpulver 80 Gramm Butter 50 Gramm Zucker 1 Eigelb etwas Fett für das Blech 1, 80 Gramm Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fettzugabe Goldgelb rüsten und anschließend im Mixer oder mit dem Pürierstab pürieren Die übrigen Pinienkerne beiseite legen 2 das Weizenmehl, das Maismehl und das Backpulver mischen und in eine Rührschüssel sieben Die zerkleinerten Pinienkerne, die Butter, den Zucker und das Eigelb dazugeben und alles mit den Knethaken des elektrischen Handrührgeräts oder den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten Den Teig 15 Minuten ruhen lassen 3 dem Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen Den Teig in 12 Portionen teilen und zu Kugeln formen Ein Backblech einfetten Die Teigkugeln auf das Backblech legen, Pflicht rücken, mit den ganzen Pinienkernen garnieren und im Ofen etwa 25 Minuten backen Backen wie in Spanien zum Backen, aber auch zum Braten, etwa von Hackbraten, benutzen die Frauen im Südwesten der USA einen sogenannten Hornow Das ist ein Bienenstock-ähnlicher Backofen, der sich außerhalb der Atobe-Buildings, der Lehmhäuser, btät Die Humus ähneln bauten, wie es sie vor vielen hundert Jahren in Spanien gab Sie sind aus Steinen errichtet und mit Atobe, einer Mischung aus Lehm, Sand und Stroh, verputzt Meist verschließt ein verzinktes Eisenbleche die quadratische Öhnung Haselnusskugeln der Erokesen ergibt 18 Stück 125 Gramm Haselnüsse Gemahlen eine Prise Salz 25 Gramm feines Maismehl 25 Gramm Weizenmehl 1-4 Ein Maisöl zum Frittieren 100 Gramm durchwachsener Speck in Scheiben 1 L-A-Horn-Sirup 1 in einem Topf 1-4 Ein Wasser zum Kochen bringen, die gemahlenen Haselnüsse einstreuen und unter ständigem Rühren etwa 10 Minuten kochen Das Salz dazugeben Das Mais und das Weizenmehl einstreuen und unter ständigem Rühren kurz mit, kochen Den Topf von der Kochstelle nehmen und die Masse etwa 30 Minuten abkühlen lassen 2 aus dem Haselnussteig 18 kleine Kugeln formen Das Öl in einem Topf stark erhitzen und die Haselnussbällchen schwimmend frittieren Sobald sie goldbraun gebacken sind, mit einem Schaumlöffel herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen 3 vom Frittieröl 1 Esslöffel in einer Pfanne erhitzen und die Speckscheiben darin knusprig braten, dann herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen Die Haselnusskugeln mit dem gebratenen Speck und Ahornsirup servieren Ein Opfer für Manitou die Irukwesen, die in den Wäldern im Nordosten der USA leben, teilen wie alle Indianer ihre Speisen mit den Nachbarn und halten auch immer eine Opfergabe für die Tötter bereit Und wenn Manitou, die Kraft der Natur, wie die Algonkinnstämme sie bezeichnen, oder Ohrenda, der Herr des Universums, noch so erzurend sind, lassen sie sich durch diese süße Gabe sicherlich gnädig stimmen In Honig poschierte Erdbeeren Die Erdbeeren waschen, die Stielansätze abzupfen und die Früchte gut abtropfen lassen 2 den Honig und 3 Esslöffel Wasser in einem Topf bei großer Hitze 5 Minuten einkochen 3 den Topf von der Kochstelle ziehen Die Erdbeeren in den Sirup geben und etwa 5 Minuten ziehen lassen Mit den Pfefferminzblättern garnieren Erdbeermedizin Erdbeeren waren nicht nur ein beliebter Nachtisch, sondern dienten auch medizinischen Zwecken, die Früchte beruhigen einen nervösen Magen und die in Wasser gekochten Blätter und Wurzeln regen den Blutkreislauf an Der Saft der ausgepressten Beeren festigt lockere Zähne, kühlt entzündete Augenlider und lässt Flecken auf der Haut verblassen Gestürzter Brombeerkuchen der kriegt den Knethaken des elektrischen Ruhrgeräts oder mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten 4 den Teig 30 Minuten ruhen lassen Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen Den Teig auf die Größe der Form ausrollen und auf die Brombeeren legen und den Kuchen im Ofen etwa 35 Minuten backen 5 den Kuchen in der Form abkühlen lassen, dann eine Kuchenplatte auf die Form legen, das Ganze wenden und den Kuchen so auf die Kuchenplatte stürzen Zuletzt das Backpapier abziehen Für 6 Personen 400 Gramm Brombeeren 3 Elwald Honig 1 Strich 2 Vanilleschote Kampfiere Bucket Aples From De Cherokee BR Ata Postfachel De Cherokee 250 Gramm El 1 TR Backpulver 100 Gramm Butter 100 Gramm brauner Zucker 2 Eier Eine eine und die Form von etwa 18 x 28 cm mit Backpapier auslegen 2 die Brombeeren waschen und abtropfen lassen Die abgetropften Brombeeren in die Form geben und mit dem Honig beträufeln 3 die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark mit einem Löffel herausschaben Mehl und Backpulver in eine Ruhe Schüssel sieben Die Butter, den Zucker, die Eier und das Vanillemark dazugeben und alles mit für 4 Personen 4 Äpfel 100 Gramm Pekernüsse, geschält 1 Elbrauner Zucker 1 TL 10 20 Gramm Butter ein Das Kerngehäuse mit einem Ausstecher aus den Äpfeln her, ausschneiden, dabei aber nicht ganz durch die Frucht stechen Die Pekernüsse feinhacken Dem Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen 2 die Nüsse mit Zucker und Zimt mischen und in die ausgehöhlten Äpfel füllen Die Butter in Flöckchen darauf setzen Die gefüllten Äpfel in eine feuerfeste Form geben und im Ofen backen Tipp, wenn Sie die Äpfel am Lagerfeuer backen, wickeln Sie sie vorher in Ailufolien Äpfel für das Höhlenvolk die Chirokei, das Höhlenvolk, assen gerne Äpfel, sowohl roh als auch gebacken Die Bratäpfel, die Sugata, wurden in der Kochstelle bereitet, die Glut wurde zunächst beiseite geschoben, die Äpfel auf die Asche gelegt und dann die Glut auf ihnen verteilt Pfirsichstreuße der Nevaio für 3 Personen Etwas Butter für die Form 3 Pfirsiche 2 L brauner Zucker 2 L Weizenmehl Eine Prise Salz 1-2 TL 10 20 Gramm Butter 1 L Pinienkerne Eine eine Auferform ausbuttern Die Pfirsiche waschen, halbirehen, entkernen und mit der Schnittfläche nach oben in die Form geben Mit 1 Esslöffel Zucker bestreuen 2 den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen Aus dem Weizenmehl, dem restlichen Zucker, dem Salz, dem Zimt und der Butter einen festen Teig kneten und die Pfirsichhälften damit füllen Mit Pinienkernen bestreuen und im Backofen etwa 25 Minuten backen Pfirsiche am Colorado Spanische Missionare brachten im 17. Jahrhundert die Pfirsiche aus Europa und anzten sie am Ufer des Colorado River und des Rio Grande Die Nevaio übernahmen bei diese saftigen Früchte und schufen wunderbare Gerichte daraus Klassisches Muster Die Bemalung auf diesem Samenkornbehälter ist kein Ornament Sunderns Schnee für neuen Pien, kurz bevor sie den Boden berühren Dieses Motiv der berühmten Künstlerin Rachel Konko aus dem Feblo Akuma kehrt immer wieder und wird von allen Stämmen anders interpretiert eine die Pinienkerne in einer Moulinette oder mit dem Pürierstab fein zermahlen Das Weizenmehl und das Backpulver mischen und in eine Rührschüssel sieben Das Salz darunter mischen 2 das Ei trennen Das Eiweiß, die gemahlenen Pinienkerne, den Honig und die Butter in Flocken zum Mehl geben und das Ganze mit den Knethaken des elektrischen Rührgeräts oder mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten 3 den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen Den Teig etwa 5 Millimeter dick ausrollen, zu rechte Ecken schneiden oder runde Kekse formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben 4 das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Kekse damit bepinseln Mit ganzen Pinienkernen verzieren und im Backofen etwa 30 Minuten backen Heiliger Glaube Pinienkekse, die Pinienkerne in einer Moulinette oder mit dem Pürierstab fein zermahlen Das Weizenmehl und das Backpulver mischen und in eine Rührschüssel sieben Das Salz darunter mischen 2 das Ei trennen Das Eiweiß, die gemahlenen Pinienkerne, den Honig und die Butter in Flocken zum Mehl geben und das Ganze mit den Knethaken des elektrischen Rührgeräts oder mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten 3 den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen Den Teig etwa 5 Millimeter dick ausrollen, zu rechte Ecken schneiden oder runde Kekse formen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben 4 das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Kekse damit bepinseln Mit ganzen Pinienkernen verzieren und im Backofen etwa 30 Minuten backen Heiliger Glaube unter den Arkaden des Gouverne-Palastes auf der Plaza in Santa H dem Platz, der auch Indian Market genannt wird sitzen die Indianer bei Wind und Wetter auf dem Boden und verkaufen nicht nur ihr Kunsthandwerk sondern auch diese Kekse, die sie in den umliegenden Pueblos backen Als die Spanier die Mauren aus Granada vertreiben wollten ließ Königin Isabella ein festes Heerlager errichten, das sie Santa FG nannte Heiliger Glaube, da sie nie am Sieg über die Araber zweite Dort hat Kolumbus Isabella und ihrem Gemahl Ferdinand kennengelernt und um Erlaubnis und Mittel gebeten den Seeweg nach Indien zu aden Aber erst nach Abzug der Mauren willigte die Königin ein und der Admiral der Meere konnte 1492 in See stechen Im Jahre 1609 gründeten die Spanier eine Stadt im heutigen US-Staat Neu-Mexiko und nannten sie zur Ehren ihrer einstigen Königin, Sente und der Geist Sollte sehen Sie Vielen Dank.